Vielen Dank, dass Sie hier sind und dann darf ich sagen, hiermit ist das Kirschblütenfest 2018 eröffnet. Also ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder beim Kirschblütenfest sein kann. Wir feiern 25 Jahre Umgestaltung des Alexanderplatzes und 120 Jahre Bürgerverein hier im Bahnbezirk. Ich finde es war ganz, ganz tolle Jubiläen, tolle Arbeit vom Bürgerverein für die Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort. Und ich freue mich jetzt eine Runde über das Fest zu machen und viele Leute zu treffen, die einfach Spaß hier haben und einen guten Tag verbringen wollen. 120 Jahre Bürgerverein Bahnbezirk ist ein Anlass ganz groß zu feiern. Wir freuen uns, dass auch dieses Jahr wieder ganz viele Menschen, Anwohner und Freunde, Gönner des Vereins den Weg zu uns gefunden haben. Der Bürgerverein kümmert sich in erster Linie um die Belange hier im Viertel bei uns im Bahnbezirk. Er ist im Grunde genommen Mittler zwischen der Bevölkerung, zwischen den Anwohnern und der Politik und der Verwaltung. Wir versuchen das Leben hier im Viertel schön zu machen, angenehm zu gestalten und sind da im ständigen Dialog mit allen Bürgern, wie gesagt auch mit der Politik und mit der Verwaltung. Ein sehr schönes Beispiel ist eben der Alexanderplatz, wo so ein Kleinod hier mitten in der Stadt entstanden ist. Einen ganz herzlichen Glückwunsch zu 120-jährigen Jubiläum. Danke. Das ist doch locker jetzt. Danke, das war das. Das ist ja geil, genau. Das war toll.